Ja klar würde ich mich für ein Playboy ausziehen, wenn er jung und knackig ist. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter für Vollidioten. Morgen wird es regnen. Regen, das ist das Wasser, das immer mal wieder vom Himmel fällt und einem die Frisur versaut. Und in Berlin scheint ab und zu die Sonne. Das ist die große gelbe Scheibe am Himmel. Aber jetzt nicht reingucken, das kann einem die Augen verderben. Wenn sie nicht wissen, wo Berlin ist, dann laufen sie zum Ortseingang und schauen sie auf das gelbe Schild. Es haben uns ganz ganz viele Handyanrufe von Zuschauern erreicht, die sich auf der Suche nach dem Ortseingang komplett verlaufen haben. Und jetzt durch ganz Deutschland irren von oben bis unten. Ja also zur Orientierung. Wenn sie von oben gerade nass werden, dann befinden sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit in Puppertal. Tja Leute, ich kann auch nichts dafür, aber leider erst in der nächsten Woche besteht deutschlandweit die Möglichkeit für etwas länger anhaltenden Sonnenschein. Ja und dann können sie mit ihren zahlreichen Kindern mit diesem bescheuerten Dustin Jaden und Sandy Cheyenne Namen wieder in den Park gehen und mit der Bierflasche in der Hand ihre Mitmenschen anpöbeln. Und damit gebe ich zurück zu Thomas Klug von den Nachrichten. Thomas, dann mal schnell die Bierflasche weg, ne? Da geht's.